Unter mir wird schon fleißig produziert, seit 1 Uhr morgen sind meine Bäcker schon am Werkeln. Hier wird die komplette Ware produziert, kommissioniert und von hier aus auch verteilt. Vor 23 Jahren haben ich und meine Frau die Bäckerei Riesinger hier in Künzchen gegründet, mit damals drei Angestellten. Heute sind wir 85 Angestellte und haben sieben Standorte. Der Bäcker ist natürlich ein geiler Beruf. Man muss zwar morgens früh raus, man lernt viel, angefangen von Brot herstellen, Teige machen, Semmelteige machen, Blundergebäcke aufarbeiten und auch Torten machen. Wir sind schon ein Handwerksbetrieb und wir machen so viel handwerklich wie möglich. Wir haben auch etwas ganz Neues, was in Niederbayern nicht so oft gibt und zwar einen Bäcker-Drive-In. kann man mit dem Auto zum Semmeln holen und an die Theke fahren. Und zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei meinen Bäckern und Konditoren, bei meinen supergeilen Verkäuferinnen, bei meinen Ausfahrern und bei meinen Kommissioniererinnen. Ich mache jeden Tag einen supergeilen Job. Vielen Dank!